Hallo Leute, hier noch ein neues PUBG Video von mir. In diesem Fall eine Runde mit meinen Mates Dave und Pascal. War bis jetzt die beste 3er Runde, die wir jemals gespielt hatten, glaube ich. Also wir haben am Anfang 4 Leute in der Lagerhalle gekillt, 3 Leute in Prison gekillt und sind jetzt hier gerade beim Einstieg des Videos noch dabei, in einen anderen Squad auseinander zu nehmen. Leider habe ich ein bisschen reingeschissen mit der Aufnahme. Ich habe erst bei der Hälfte der Runde gemerkt, dass ich die Aufnahme nicht gestartet hatte. My bad, Anfängerfehler. Naja, dennoch, die letzten 10 Minuten habe ich drauf. Wie gesagt, nochmal großes Dankeschön an meine Mates. War eine geile Runde, jederzeit flankiert und auch im Prinzip jeden Squad besiegt, der uns auf dem Weg begegnet ist. Ich hoffe, euch gefällt die Runde. Wenn ja, dann bitte liken und ansonsten viel Spaß mit dem Video. Peace. Dementsprechend zu. Wir müssen Richtung Zone. Kommt in 20. Reicht zu uns läuft jemand? Ja, ich sehe ihn. Schießen wir ihn? Ja, oder? Ja. Ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Ich sehe ihn. Er ist ausgenockt. Der sein Kollege ist weiter hinten. Direkt bei mir. Oben vom Berg. Haben mich gespottet. Er ist ausgenockt. Hier bei mir vor dem Baum. Am Tower, einer. Oben auf dem Berg, am Stein. Oben auf dem Stein. Und ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oben auf dem Berg, überall. Geholt. Nee, er hat drei Hits gefressen. Ich muss meine Energy reinfetzen. Hier hinter uns war. Nee, das ist vor uns. Oben auf dem Berg. Ich sehe ihn hier auch. Ich weiß nicht, der ist ernst. Hier rechts. Hier rechts. Oh Gott, Alter. Oben. Der da oben, irgendwo. Oh, hab ich noch. Die brauchen jetzt. Wir hoffen, wir haben wieder Fünferschüsse. Ich habe so, wie wir erst weggeschossen, würde ich schauen. Ach, scheiß auf den Achter-Sucher. Der hat hier 100-500 Schuss. Ja, 50 oder so bräuchte ich vielleicht. Ja, der hat genug. Neu. Hä, wir haben die nicht mehr, ne? Aber wo war der vielleicht? Hast du genug Healzeug, oder? Ja, meine Weste ist fast am Arsch, aber sonst. Geht schon. Ja, ich habe genug. Passt. Rechts auch noch Schüsse. Am Tower scheint mir da bestimmt was. Dass man mal in der Zone kommt. Scheiße. Weg, runter, oder? Naja. Im Tower sind nicht bestimmt welche. Wobei, ne, der Tau ist nicht mehr drin. Neu, ist nicht drin. Lauf, forest, lauuf. Am Tower, springt runter, vor uns. Ja. Ich heil mich erst mal. Ja, wo kann ich sagen? Hält euch erst mal. Ne Awe hier auch. Neben dem Tower, gell? Ja, neben dem Tower, ne Awe. Ja klar, Alter. Vierer Schutten, das ist schuldig. Neben dem Tower drin. Ja, aber daneben ist ja auch noch einer. Ja, aber der hat ja den Tant. Komm, Kobe. Ich habe auch eine Mitte-Splitte-Granate. Ich habe alle. Nice. Sieben Pils, ja, passt. Hey, Junge. Jetzt geht es aber los. Acht gegen euch. Ihr seid fast in der Zone. Boah, hat irgendjemand noch eine Weste, bitte. Zone, kommt, ihr müsst rein. Okay. Rotes Haus. Zwei gegen euch. Okay, erst mal pushen. Ja, die beschießen sich selbst dann. So, zwei mehr. Du und du wahrscheinlich. Zwei gegen euch. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind die rechts oben. Habe ich... Aber hier hat doch gerade noch was geschossen, ne? Ja, die Leiche liegt da. Ja, die Leiche liegt da. Die ist immer fast drin. Die ist immer fast drin. Die ist immer fast drin. Ich... Scheiße, hab ich... Wo, wo, wo? Direkt vor uns. An dem Baum. An dem schrägen. Schrägen Baum? Ich werfe mal HS. Ja, direkt vor uns. Ey, weiter. Ja, da. Die 2. Genau, jetzt von 44, zwischen 50, ja, da die Richtung. Da müssen sie irgendwo sein. Im Loch vor uns sind sie drin. Ja, flankiert sie, ja, ist gut. Ich sehe sie gerade noch nicht. Da unten drin wahrscheinlich. Und da sind wir jetzt. Acht kills. Wächst da keiner. Der war alleine. Zurück, zurück, zurück. Sonne kommt. In 20. Du musst du dich durch. Wo ist der? Rechts von mir. Ja, Richtung Nord-Osten irgendwo. Ja, Richtung Nord-Osten irgendwo. Vielleicht bei mir am Baum. Ja. Ah scheiße, die Runde. Der muss rein. Ja, nice. Dave, was für eine Runde. Ich habe 8, du hast wie viel. 9. Hahaha. Fett. Alter, war das eine Runde. Das war ja echt Domination, ey. Leg mich im Arsch. Hahaha. Geil. Nein. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's.